Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Vor kurzem habe ich die Frage gestellt bekommen, warum hat Allah uns erschaffen, damit wir ihm dienen? Allah braucht doch unseren Gottesdienst gar nicht. Allah braucht das doch gar nicht. Allah ist doch kein Mensch. Allah ist doch ein Wesen über unsere Vorstellungskraft. Warum braucht er dann unseren Gottesdienst? Warum hat er uns erschaffen, damit wir ihm dienen? Und ich habe dem Fragenden gesagt, du hast dir die Antwort eigentlich schon in deiner Frage gegeben. Denn du hast selber in deiner Frage gesagt, Allah braucht doch unseren Gottesdienst nicht, weil er kein Mensch ist, weil er anders ist als wir. Aber du hast gleichzeitig den Fehler gemacht, dass du Allah mit der Schöpfung imaginär, also in deiner Vorstellung verglichen hast. Denn wir Menschen, wenn wir etwas herstellen, kaufen, erzeugen, dann machen wir das, weil wir ein Bedürfnis haben, weil wir das brauchen, weil wir das wollen, weil wir ansonsten einen Mangel haben. Du gehst einkaufen, weil du ein bestimmtes Produkt gerne hast und ansonsten hast du eine Art Mangel. Aber Allah ist eben, wie der Bruder gesagt hat, anders als wir. Allah braucht unseren Gottesdienst nicht. Wenn Allah uns erschaffen hat, damit wir ihm dienen, heißt das nicht, dass er unseren Gottesdienst braucht. Und das sagt Allah auch im selben Vers, in Soch 1, 5, Vers 56, wo er sagt, Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Dann sagt er, Ich will von ihnen kein Vermögen und ich will nicht, dass sie mich speisen. Das heißt, er braucht nichts von uns. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem Heiligen Hadith, Und den findet man in den 40 Hadithen von den Nawawi. Wenn der Ohr hier, Ohr ihr Leute, wenn der Erste von euch, der Letzte von den Menschen, die Jinn alle, das gottesfürchtige Herz von dem gottesfürchtigsten von euch hätten, das würde meiner Herrschaft nichts hinzufügen. Dann sagt er, Das wird von meiner Herrschaft nichts wegnehmen. Wenn der Erste von euch, der Letzte von euch, der Menschen und die Jinn, alle das Sittenloseste der Herzen, das Sittenlosen von euch hätten, das würde von meiner Macht nichts wegnehmen, außer wie die Nadel, wenn sie in den Ozean reingebracht wird. Das ist nämlich nichts. Und das müssen wir verstehen. Allah braucht unseren Gottesdienst nicht. Aber Allah hat Eigenschaften. Und zu seiner Eigenschaft hört Gerechtigkeit. Wegen dieser Gerechtigkeit hat er die Propheten entsandt. Er sagt in Suche 57, Und wir haben schon die Propheten entsandt und haben mit ihnen mit den Verdeutlichungen gesandt und haben mit ihnen das Buch und die Waage entsandt, damit die Menschen in Gerechtigkeit walten. Und die größte Gerechtigkeit ist es den, der uns erschaffen hat, den, der uns versorgt und den, der uns die Rechtsleitung vorgelegt hat und den, der diese gewaltigen Eigenschaften hat und die gewaltigste Schöpfung erschaffen hat, der der einzige Schöpfer ist, dass man ihn anbetet. Das ist die absolute Gerechtigkeit. Ich hoffe, das beantwortet euch. Diese Frage, die leider einigen Leuten mit West-West in den Kopf hineinkommt. Leute, beschäftigt euch, liebe Geschwister, mit eurer Religion. Andauernd schreiben mir Leute, weil sie von irgendwelchen Clowns irgendeinen Schwachsinn gehört haben. Heute habe ich mir mit einem Bruder ziemlich lange diskutiert oder ziemlich lange geredet und am Ende war er erleichtert gewesen, weil er irgendein Video von einem Spinner gesehen hat. Und dann habe ich ihm klar gemacht, was dieser Clown überhaupt für einen Schwachsinn labert. Er bezieht sich auf irgendeine Legende von irgendeinem Heini von vor 5000 Jahren. Kein Hand und Fuß, der ganze Schwachsinn. Aber sobald ihr so etwas hört, kommt der Schaitan direkt. You are so fies to do, denn das. Was ist denn, wenn die Recht haben? Deswegen schaut euch diesen Quatsch an. Beschäftigt euch mit eurer eigenen Religion, liebe Geschwister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.